Bruchstein? Gibt es da mehrere Bruchsteine? Egal, vielleicht weiß er dann irgendwie, erkennt er dann, dass es halt ein anderer Bruchstein ist. Hier oben, Bruchstein mit langer Nummer, rot, so. Dann darf der hier, du darfst nach oben, Bruchstein darf, wieso darf der denn? Achso, der geht da lang und der geht da nach oben. So, bam bam, jetzt blau. Was bekommt blau? Den haben wir, hellgrün. Hellgrün bekommt blau. Hellgrün bekommt den da. Hellgrüner Stein bekommt den blau. Blau, blau. Das, so. Der geht jetzt da ran, dann hellgrüne Stein. So, was haben wir oben für den blau? Was soll da einsortiert werden? Was haben wir noch? Treppen, Bruchstein, Treppen, Bruchstein, Treppen, Bruchstein, Treppen, Bruchstein, Treppen haben wir irgendwo hier. Hier. In den, nein, komm her. In den, ähm, was musst du jetzt einsortiert werden? In den, blau. Du musst blau. Und du musst, du musst da hin. So. 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 Jetzt haben wir das schon mal. Das sind Zweier oben. Das sind auch Zweier. Zweier. Einmal. Ich kann dir mal, das ist blau. Das ist rot. Das ist so für oben. Und wird dann oben aufgeteilt. Genau. So. So. Nächste. Jetzt haben wir noch. Steinziegel und die. Okay. Wo ist das nicht der? Den kann man schon mal rausschmeißen. Ziegel. Wo sind die Ziegel? Da. So. Ziegel. Ziegel. Wieso ist hier schon was drinne? Okay. Wenn wir das machen, wir mal löschen, mal alles. Jetzt muss ich mal gucken. Dorit haben wir hier und da. Dorit haben wir da. Okay. Weiter geht's. So. Ich weiß auch nicht, Leute. So viel Krempel. Steinziegel. Steinziegel dürfen zu und die hier dürfen. Weißt du was? Ich hab keine Ahnung. Wir haben so viel Krempel. Boah. Im Grunde genommen musst du eigentlich in jeder Farbe nur ein so ein Ding einballern. Also das heißt, immer eigentlich oben flammarisch zu kompliziert. Ich weiß es einfach nicht. Ich will jetzt einfach mal jetzt hier Kohle machen. Rot bekommt. Haben wir noch mehr Krempel? Rot bekommt. Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung, Leute. Rot bekommt das hier alles. Warte mal. Warte mal, das ist voll. Okay. Jetzt geht's. Wieso ist hier auch schon hinten das kolische Dünne? Dann machen wir auf die Seite. Rot bekommt das. Blau bekommt das. Das bekommt blau. Dann bekommt rot. Bekommt Hammer, Hammer, Hammer. Jetzt haben wir jetzt oben drin. Das ist das. Ja, nochmal. Zweimal Kohle. Ist besser. Weil Kohle ist relativ oft. Zweimal Kohle. Sagen wir jetzt unten immer ein Gebot. Ich werde das unten erst mal dann kapieren, bevor ich das starte. Ähm, cool. Was haben wir denn noch? Das hier. Äh, Eisen. Eisen. So, das ist voll. 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 Ach, halt unten. Hier war unten noch was. Eisen. Ähm, das bekommt rot. Ob das so funktioniert, wenn ich immer noch einmal mache? Ich weiß, ob die dann wie vorbekloppt rumwandern. Eigentlich müssten die dann in die machen wir noch eine. Nee, Eisen. So viel Eisen werde ich nicht finden. Ähm, sagen wir noch. Boah, wir haben so viel Krempel. So, sagen wir noch. Weiße Wolle. Zinn haben wir schon. Zinn haben wir noch nicht. Haben wir auch schon. Das haben wir noch. Hier, Schwarzpulver. Machen wir Schwarzpulver. Voll. Alter, unten ist noch frei. Ähm, wo Schwarzpulver kommt auf? Blau. Wo ist blau? Hier ist blau. So. Jetzt haben wir hinten noch. Ist frei. Ist frei. Okay. Was machen wir da rein? Ich weiß echt nicht. Holz vielleicht. Komm. Machen wir mal ein bisschen Holz. Machen wir aber mehrere Baumstimmen. Haben wir noch irgendwo Holz? Eichenholz. Äh. Holz. Äh, machen wir zwei. Das kann ich ja danach nachtragen. So. Wenn was übrig bleibt, was man nicht einzutiteln würde, dann lass ich mir ausschmeißen. Ich hab den Überblick nämlich schon verloren. Hier ist voll. Hier passt noch was rein. Äh. Ist das jetzt oben oder unten? Ah. Was hab ich jetzt eigentlich gemacht? Blau? Okay. Und blau. So. Jetzt müssten ja eigentlich alle befüllt sein. Befüllt. Befüllt. Ja, befüllt. 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 So. Jetzt werden wir das mal starten. Jetzt werden wir alles mit dem haben. Ähm. Das werden wir dann kurz mit der Leitung verbunden. Mit der verbunden. Da werden wir hier raus. Da müsste dann hier die Sachen rauskommen, die nicht einsortiert werden können. Jetzt werden wir einfach mal hier äh. Pam, 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 pam. Halt. Keine Kolben. Das auch nicht. Ähm. Das wir da auch nicht einsortieren können, aber der Rest. Zack, 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 zack. Ähm. Ja. Das. So. Bögen nicht. Das, 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 das. Volle Essie hier. So. So. Was haben wir noch? Ähm. 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 Zack, zack. Ähm. 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 Das, 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 Marmor, Korallen, das, das. Packen wir das mal rein. So, da packen wir nochmal. Mal gucken wir nochmal. Ähm. Weiß ich nicht. Dreh hat mal gehabt. Äh. Äh. Jetzt kann man erst mit hier reinballern. Jetzt war es noch. Ich glaube, die hat man auch nicht gehabt. Ach komm. So. Jetzt geht es hier um die Wurst. Ja, jetzt. Boah, jetzt. Jetzt wird hier sortiert, Alter. Bom, bom, bom. Boah. Hier wäre es so schnelles aus. Okay, das ist schon mal nicht so. Juni ist leer. Aber weißt du, dass das ist. Das muss da aber eigentlich. Hab ich doch aber. Hab ich doch aber eigentlich. Aber ich hab doch eigentlich. Ich hab doch eigentlich. Vielen Dank.